Kommen die nicht, oder was? Doch, doch, die sind unterwegs. Oh, der erste kommt schon. Okay, nachladen, nachladen, nachladen. Sag dann den Nachladern, dann können wir uns doch mal abwechseln am besten. Nachladen. Jawohl. Der erste ist schon weg. Alter, Schwede, der zweite steht in der Tür und macht nichts. So, warte, 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 warte. Jawohl. Zweite auch weg. Nice, ah scheiße, Jungs. Äh, Waffe wechseln? Ne, ich behalte die. Das ist MK. Weiter. Jetzt wird's nochmal, vielleicht, critical. Da ist, da sind noch welche, kann ich sagen. Dings sind die kleinen Minipanzer, ne? Denk dran, die sind scheiße, wenn die einmal so einen Raketenhagel treffen, dann bist du sofort tot. Ähm, ja. Äh, wir gehen, erste links, würde ich sagen. Ey, wir teilen uns auf. Teilen uns auf. Okay. Daumen ist. Ne, okay. Die sind noch. Okay, wohin jetzt, Kang? Server raus, direkt rüber. Ach du Scheiße, Oben sind... Oh Gott. Killtypen. Uh. Ja, Mensch, wird's weg. Kass. Sie wird mit dem handeln, was sie hat. Den Infos auf den Datenträgern. Oh, die ist abgeprallt. Ach, das war deine? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ach, du Scheiße, Gegend immer. Oh. Oh. Nein. Was, die kommt so hoch? Tief. Scheiße. Scheiße. Oh, ich muss direkt, ich muss direkt. Scheiße. Boah. Scheiße. Ja. Pädabuchse. Hey, wir hören einen Geist. Den Geist nicht angreifen, wenn es nicht sein muss. Wenn er dich erfasst, bist du geliefert. Warte mal. So lange du in der Bio-Gruppe bist, Ako. Äh, wir müssen irgendwie das... Warte, warte, warte. Oh Gott. Oh, da scheint noch eine Verstärkung unten in den ganzen Berge einzurecht. Egal. Großelade und die Datenträger haben prioriert. Wo ist denn eigentlich wo ist der Roboter hin? Oh, die sind schon längst drauf gegangen. Vorne aber andere Waffe, ey. Die brauchen. Warte, warte, eben nachher. Da ist ne. Anate. Was? Ach du. Ey, sag mal. Wo sind wir denn? Unter uns oder wat? Wir müssen nach oben. Oh, das sieht da oben nicht gut aus. Das sieht da oben gar nicht gut aus. Das, was? Werde ich schon oben? Alter. Ja. Ich wäre noch gar nicht nach oben gegangen, ehrlich gesagt. Hier sind noch viel zu viele unten. Okay. Ich bin oben. Brauche ich da oben hin? Hä? Warte. Gut. Ich bin da. Komm runter gleich, Basti. Nein, nein. Bleib hier. Bleib hier. Basti nicht tot? Ne, ne. Aber hier unten sind noch so viele. Ich weiß ja nicht, warum wir da vorbeigelaufen sind. Ja. So, jetzt werde ich langsam nach oben gehen. Ja, wir brauchen die da oben. Alter, was ist das? Ja, aber die. Ja. Das ist jemand Leder. Alles weg. Die kannst du übernehmen, Pox, ja normalerweise. Sie hat begonnen, die Datenträger zu entschlüsseln. Der Upload geht direkt auf den öffentlichen Server. Jede Information von den Datenträgern geht gleich an die CDP. Hä? Das war... War es das? Ne. Wir müssen sie ausschalten. Toll. Ich glaube, ich werde jetzt teleportiert, oder? Ne. Oh. Klampe. packt ihm die hand ab ach das ist doch sowas oder nicht wie bei den anderen Köpfen das mach ich doch Hand abhacken fertig alles klar Benutzer authentifiziert guten Tag Mutter Go bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen ok Hendrix benutzt die Konsole denn die Eni muss als Leiter für den Transfer herhalten das heißt vertrau mir ja wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen genau wie wir es mit den Geheimstationen Daten am Dock gemacht haben mach bloß mein Gehirn nicht kaputt ist klar aber vielleicht gefällt dir nicht was du siehst Hendrix alles ok was ist denn jetzt los wir müssen die erledigen Hendrix dreht gerade durch und wir müssen sich darum kümmern dass er ja hä godt vielleicht nicht trotzdem trifft. Nee, nee. Geht nicht. Au! Ah! Hä? Hä? Basti, kannst du mal... Kisikisikis? Okay, jetzt... Jetzt wird's gerade eng. Das kurz, Walter. Ich bin tot. Was kam, ist unerwartet? Äh, äh, äh... Ren im Rückraum. Ich renne erstmal zurück, ja? Walter, das E-Tool geht gleich. Alter, komm mal, viele reinlenken. Wo, wo ist Walter? Bei mir. Links von dir. Das kam jetzt unerwartet. Ja, geht vom Panzerglaster komplett weg. Das ist... Ja, äh, ich geh hier hin. Ich würd... Nee, ich würde... Hörst du, dass ich die Schütze hier kaputt bin? Ja, genau, da hin, Basti. Aber wir müssen ihn da hinten verteidigen, ja? Loll, oben sind schon welche drin. Ich geh nach oben. Dann geh ich auch nach oben, aber da kann man auch von oben stehen, um das Schießen dann. Boah, Walter. Ich geh einmal rum. Boah. Äh? Was heißt, die kommt? Ich geh mal ein paar von außen gleich zu holen, bevor sie reinkommen. Sie dürfen keine kommen. What the fuck? Geh los! Ach du Scheiße, die sind hier drin hinter mir. Ja, wo kommen denn die jetzt hier? Hä? Jemand tot? Oh. Ja, ich. Ich stand auf einmal vor mir. Das war ziemlich... Ziemlich ver... Alter! Oh, da kommt einer. Das ist mehr als einer. Nachladen. 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 Scheiße, Alter, diese Waffe brauchst du so lange zum Nachladen. Alter. Ohne wird es wie viele von den Typen leben eigentlich? Ich muss nachladen. Von oben kommt welche rein? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die kommen hier rein. Geh der, geh der ist wieder weg. Hab ich wieder was? Oh Gott, Walter. Wo bist du? Unten. Oh Gott. Wo die Roboter reinkommen? Warte noch. Ich mach das weg. Oh, komm auf welche. Warte, Foxo. Hol die, hol die, Walter. Okay. Unten ist es ziemlich safe. Oben nicht. Komm. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einen hab ich. Ich geh jetzt nochmal rum. Jetzt gucken. Da. Hinter dir. Was? Wo? Den hab ich geneifed. Ey, die kommen hier alle aus. Der stand direkt hinter dir. Ach doch, die kommen. Warte, warte, warte. Die kommen da alle aus dem Raum. Wow. Ja, die kommen hier alle. Achso. Der gehört nicht zu mir. Alter, ich hab hier keine Money mehr. Nachladen. Ach du Scheiße, diesen Schilder. Da kommen richtig viele jetzt nochmal. Letzte Welle wahrscheinlich. Alter Schwede. Lol, wo kommt der denn hier? Der kam da von dem Raum da. Mach weiter, Boxo. Komm mal du nicht um die Typen. Ja, ich, ich hab nur noch. Warte, warte, warte. Kann ich eigentlich von anderen Waffe aufheben? Ja, klar. Warum mach ich das nicht? Oh, Roboter. Auch die ist leer. So, jetzt müsstest du doch fertig sein, oder? Hendrix? Jawoll. Ja, doch. Äh, Boxo ist eine Munitionspiste. Hab ich schon meine Waffe weggegeben? Alter, es kommt noch weiter hinter dir. Walter dringst du. Lass mich doch mal in Ruhe nachladen, Jungs. Was ist mit Hendrix jetzt los? Jetzt nichts wie weg da. Ah, okay. Dann sehen wir uns im Unterschlupf an. Unterwegs zur Evakuierung eben in 15 Sekunden ab. What? Wo müssen wir denn? Ach da. Gott. Hallo? Seile raus! Das war keine Sekunde zu früh. Ich werde beschossen. Äh. Äh. Hier ist getroffen! Alles klar. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hätt. Ich kann sonst jetzt wieder die Arme rausreißen. Okay. Keine Evakuierung. Weiter mit Kertiärprotokoll. Echo 3. Bestätigt. Weiter zur Markierung. 54 E-Doc. Ihr müsst eines ihrer Boote kapern. Weiter! Nichts wie raus hier, verdammt! So, jetzt. Oh, oh. Alles klar. Okay, das war unser Flugzeug. Das erschießt schon wieder. Oh, Granaten. Das ist... Da fällt was um. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Das ist der Hendrix. Der läuft einfach mal, sagt er sich. Vorne ist ja schon. Alter Schwede. Sonst ist der immer so lahm, ne? Scheißegal, Ding, dass ich... Das ist voll einfach hier schon da stehen. Hä? Was ist das an? Wann ich erinnern's? Alter, hier sind so viele. Ach, Junge. Was ist denn jetzt eigentlich los? Ich hab welche gefunden. Los! Wir müssen da den Turm hoch, oder? Kann das sein? Ne. Scheiße. Der ist woanders hochgegangen, der Kollege. Da unten ist es schon wieder überall. Okay, hier. Fett. Geist im Anflug. Okay, F1 Kling. Geist im Anflug. Geht rein. Ich bin drüben. Ich muss kurz nachladen. Ich bin drüben. Komm gleich rüber. Jo. Wer da. Alter, komm rüber. Hallo. Der Hendrix war aber noch üben gestanden. Wer ist denn drüben? Komm nur... Ah! Uh! Der Geist hat dich gleich weg! Komm, rasiert die weg! Rasiert die weg! Alter! Okay, okay. Ich schieb den Geist kaputt. Weißt du, ich hätte mir nicht so wegschießen können. Aber der Hendrix ist schon wieder so weit von vorne. Anscheinend läuft das weiter bei dem. Alter. Das ist schon wieder schön. Oh mein Gott! Das ist der einzige Weg zu den Docks. Weiß nicht. Du dich gerade selber mit einer Granate? Nee, ich hatte keine Granate eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich bestürme. Alter. Der Baum vor uns fällt gleich um. Das müssen wir uns nochmal begucken, bitte. Mega geil, Rächer. Okay, wir müssen jetzt rüber. Da müssen wir rüber? Ja. Das jetzt so eine gute Idee war, das habe ich jetzt zwar nicht. Es geht nicht! Ich habe den mal runtergeneift. Oh, jetzt bin ich die drüber. Geiße, Boxe blockiert hier. Ich bin da drüben. Ach du Schitter. Jetzt kann ich erst. Ach so, 1 hält geht das, ne? Ja. Au. Wenn das Ding fällt, das fällt gleich hundertprozentig zusammen. Munitionsgäste. Nehme ich nochmal mit, so. So, und jetzt? Weiter, ganz schnell runter hier. Was macht er? Was jetzt passiert? Es ist so gut, es ist da immer höher zu gehen. Ich würde hier ganz schnell von diesem Superbaum runter. Hier brennt alles. Ach du. Ich springe. Ich falle. Ich habe kein Fallschirm. Hä? Soll man springen? Boxfresh muss wiederbelebt werden. Ähm. Äh. Komm. Was tippelst du noch oben? Sag mal, wieso wir denn jetzt da, Boxe, probieren wir oben zu robben. Er kann nicht über Kanten robben. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Das wird jetzt so. Ähm. Weißt du, die sagt, ihr müsst springen. Oben rechts steht, springe vom Superbaum runter. Ich sag, ich springe, ich springe, ich springe. Boxe sagt, müssen wir springen? Äh. Äh. Alter, das stand hundertprozentig bei dir. Aber kein Bullshit. M-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m. So. Mann, 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 es ist ja nicht zu kassisch. Ey, bis jetzt. Bis jetzt da rüber. Ja, gut. Dann. Mahlzeit und. So, Platzer. Ach, Quatsch. Ich war schon rüber. Hä? Scheiße. Hä? Hä? Ich hab dich gerade schon gewundert, wer denn wiedergekommen ist. Weil da kam einer wieder. Und in dem Moment hab ich drauf geschossen und hab gedacht, warum stirbt der nicht? Und dann hab ich gedacht, es war einer von uns. Okay, ich komm jetzt wieder rüber. Mann, Ricks wartet hier schon auf uns. Ja, sofort. So, wir können weiter. So. Jetzt, ich spring dann gleich mal gleich. So. Warte, Boxe, warte. Warte am besten noch, bis oben rechts steht Springe vom Superbaum. Nur damit du das nochmal siehst, wo das denn stehen würde. Okay. Jetzt. Springen. Da siehst du. Springen. Dick und fett. Ah. Bleib da. Ich hol dich da raus. Okay. Tauchen. Ey, Sauerstoff. Schnell schwimmen, ne? Auf den Sauerstoff aufpassen. Weil jetzt wird es langsam weitergeht. Der hält ja Ewigkeiten, der Sauerstoff. Ja, wohin müssen wir jetzt eigentlich schwimmen, so? Weiß das jemand? Alter, sind da viele Gegner. Huh. Ja, wieder ins Wasser. Ähm. Aber wir sind hier schon richtig. Wir müssen hier zu den Booten, glaube ich. Hat die Ehre gesagt. Geh da mal hoch. Guten Tag. Begeben Sie sich an Bord. Boxe. Ach so. Siehst du oben rechts. Begeben Sie sich an Bord eines Superbootes. Ah ja, warte, warte, warte. So, ich da. Geschüllt. Einsteigen, bitte. Walter, das ist das Falsche. Nein. Walter, wer fährt bei dir eigentlich? Gar keiner. Ähm. Autopilot. Der weiß aber schon. Ach, das ist wieder Hendricks. Der hat uns letztes Mal in Äthiopien auch schon in der Wallachai gefahren. Wetten wir jetzt versägt auf das Boot hier? Ähm. Ja, aber wo finde ich den jetzt? Hallo? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, du bist Walter. Wir fahren hier auf jeden Fall. Hä? Noch viel Spaß. Ach, da vorne ist der Fuß. Was? Du kommst jetzt da hin? Das weiß ich auch nicht. Da fällt der Riesenrass zusammen. Keine Gamers mehr. Oh. Ohohoho. Ohoho. Ähm. War vielleicht mal klapp. Ja, äh, kein Problem. Walter ist rechts neben uns. Jetzt wieder. Walter ist links. Hello. Wer fährt jetzt bei mir eigentlich? Weiß ich nicht. Äh. Autopilot. Äh, Hendricks nimmt nach Rampen. Links, 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 willst du dieses Scheiß-Tel schenken, Hendricks? Jetzt ist Walter wieder vor uns. Warum ist Walter die ganze Zeit vor uns? Ja, weil ich einfach den besseren Piloten habe. Und wir machen hier eine Rampen nach der anderen. Wenn bei euch der Hendricks fährt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dann ist es langsam Zeit. Äh, Walter? Ist das nicht Auto jetzt, oder ist das hier? Nimmst du auch hier so viele Rampen mit? Ja, irgendwie schon. Voll gut, bin ich krass. Ich würde gerne aussteigen. Okay. Hallo. Aua. Ich hab mich weggeschubst. Ah. So, und das ist das Fazit. Hendricks hat schon wieder eine Karre zerlegt. Wir kommen hier schon wieder nicht weiter. Mir nicht besser. Hey, glaubst du, Cain hat recht? Glaubst du, Taylor hat unsere Leute getötet? Hendricks, was hast du gesehen? Einen Scheißdreck. Habe ich gesehen. Wie verdärber. Wie verdärber. Wie verdärber. I1, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 mal.